Rutscht du gerade in den Zerstörungsgenussmodus? Sollte ich dem Ball dann mal tschüss sagen, tschüss Ball. Viel Spaß, Katja Mausebein. Habt ihr dem Ball auch schon tschüss gesagt? Tobi hat wieder andere Sachen zu tun. Mondi, du könntest dir ja mal zur Aufgabe machen, den Ball wieder zusammenzusetzen danach. Was willst du denn davon? Das wäre doch mal eine coole Mondi Sache. Wir werden mal drüber nachdenken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.